hallo und herzlich willkommen zurück in der silberliga genau, gegen die dia terrano, gegen das team zenit und ist nur so gut wie der beste spieler an einem team also silber wir sind silber, eindeutig silber und wieder mal als terrano ein bisschen rumdatteln natürlich mal gucken ob das klappt bis jetzt gehts klotz eigentlich ganz gut ja die einspielspieler waren ok, ja das stimmt gut weil der gegner aber auch denkt silber und gold na wir sind natürlich nicht silber und gold, falls jemand das zum ersten mal sieht baut silber und gold hab ich nie gewollt ein diamant ich will nur dich, nur dich, nur dich allein die sind diamant, naja eigentlich sind wir Meisterspieler im 2 gegen 2 nein der Eibaumeister geworden, nur sind Meisterspieler oh ich hab Gegner drin nicht genügend Mineralien weiß ich nur nicht kennen oder was oh der ist gut, der greift nicht an die sind besser, die greifen nicht an was liegt an und deine barrack denied naja unsere WBFs werden angegriffen naja das ist ja nervig ich bin schon ganz schön denied ich bin schon ganz schön denied er sack na jetzt schickst du ihn noch zu mir oder was viel spaß das Problem, ich bin ganz schön schicken dran jetzt mit allen wow eigener Schreck ich muss schon mal Gas nehmen von misere Verbündeten wer Basis unserer Verbündeten wird angegriffen so reaper war ich du kommst hier nicht mehr raus du kleiner mieser Bastard er hat dir das Gas geklaut, ne? ich wollte ach das ist nicht schlimm eigentlich nicht genügend Mineralien der WIPER fertig der WIPER ist fertig mit dem WIPER ist da mit mir kommt ein WIPER brauchst du nicht, ich geh runter ich geh immer ein bisschen ärgern ja, ärgern du nur zu fürchte den Tod losgeladen und entsichert ja, der hat doch noch gar keine Barracks das können nur all in sein ja, der hat bei mir auch barracks der macht WIP all in, genau wie ich natürlich dann kill ich den in seinen Echo mach das was benötigen weitere Depots benötigen weitere Depots benötigen weitere Depots oh, das ist alles Stalker, schnell weg ach shit nicht geschafft BBS bereit beim Wichtigen ach, ich denke mal das Falsche an ich denke mal das Falsche an nicht gemütlich nicht gemütlich ja, wie wir spawnen ey hast du erwischt ja kannst du gleich runter gehen mit deinen Reapern erweitern unserer Verbündeten werden angegriffen wird nicht passen nicht gemütlich Mineralien nee, das war jetzt erstens upgrade der Kommandozentrale Erweiterung fertiggestellt ich komm jetzt, ne komplett ich hab noch keinen links hier oben ziehen mit dem mit dem Podos total all in ich komme das ist deine Reapern ja das ist meine Reapern ich hab nur einen Marine Schlechte Neuigkeiten BBS Einsatz jetzt geht's rot Basis wird angegriffen haben sie ein Ziel für mich oh, keine Sorge unsere Verbündeten werden angegriffen Erweiterung fertiggestellt Transfer da wer da wer das wird entspannen hoa haigen ja schreckt und Marines sind wieder zurückgegangen kommst du klar los geht's ich hab gleich einen Panzer BBS bereit ist gut ist gut nein die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen ab die Post BBS bereit gerade wo ich nicht knapp ey soll ich rüber kommen ja, hab auch rüber es kommt ganz ruhig rüber hoch rüber unsere Verbündeten benötigen BBS bereit hoch rüber BBS Einsatz bereit wird angegriffen zu Buffet oh, jetzt kommt noch Fenix Flieger ey BBS bereit BBS Einsatz bereit unsere Verbündeten werden angegriffen kannst du mal die Tür aufmachen Bingo nur damit klar, wenn mein Zeug über dir reinkommt ah, ich hab schon jetzt ich hab einen wegbekommen was wird passend gemacht Abmarsch bereit stillgestanden nichts leichter als das volle Kraft voraus Beziehe Stellung ach, warum hab ich keine warum bau hab ich grad hier drei Dippos hingestellt ey, nehmen wir mal auf und du machst nur Scheiße mein Zeug ja, meint's ok das läuft richtig gut gerade richtig gut ich weiß nicht, ob ich ein Echo kriegt davon sowas kann ich gar nicht sagen was hier unten noch was stehen na naja so, schön Mule schmeißen mal Luftabbertürm hier noch bauen aufgedankt und einschlafen jetzt geht's rund BBS Einsatz bereit BBS Einsatz bereit nicht genügend nicht genügend Mineralien nicht genügend Mineralien schon sind Mineralien wieder weg BBS nicht genügend Mineralien mögliche weitere Depots BBS bereit so, da waren wir noch BBS Depot BBS ist so gut eingebaut dass ich nicht lang komme sehr schön Nö, das ist dem Uniger Forst wie es aussieht Nö, ach, warum BBS bereit wir sind richtig gut Runde richtig gute Runde wir hätten weiter beim Eim spielen bleiben sollen nichts leichter als das das ist nur ein Haloo Chiniche hier sein ist das-so ist es wahrscheinlich nicht doch ist er doch ist er selbstverständlich ist nur eine Halu ist nur eine Halu ist nur Haloo Hallo, die scouten hoch. Sollen sie, sollen sie. Ich glaube, die trinken mit mir gleich hoch. Die holen sich deinen Teil da ab. Hab ich schon. Alter, Toss ist nicht schlecht, glaube ich. Wird gemacht. So, das haben wir langsam mal. Dann haben wir die Berge zu gehen. Oder mehr die Poos, ey. Okay. Was machst du damage? Wirst du was übrig? Der Toss ist zu gut. Die sind gut beide. Haben gerade meine beiden Dings abgekillt. Oh oh. Ich will mich ein bisschen bewundern, warum die wussten, wo ich meine Wäsche besitzt hatte. So. Hast du Gas übrig? Ein bisschen. Glaub ich nur ein bisschen, ne? Ja, wir sind auf jeden Fall echt im Auersprach. Das ist ja nicht meins. Das ist ja nicht. Ja, die ist tot. Der Toss ist echt gut. Aufgedankt und Eintagsbereit. Vorwerb! Gerade schon 2-0-er-Helben. gg das glaube ich schaff mir nicht ich gehe raus da habe ich zu viel mehr reingehabe im ende na dann gehen wir raus schade aber auch nur die dazu keine ahnung der reaper all in was der hätte ganz schönes gedick gebrochen am anfang wahrscheinlich ja und ich hatte viel zu viel mineral na gut dann sehen wir uns in der nächsten folge tschüss 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017